Musik 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 Ist das Sirup oder Getränk? Sag mal Mann Was ist denn da für ein Verschlussestem da? Also da bewegt sich gar nichts Ich finde die Produkte scheiße Kapper Ja ok, scheiß drauf Digger Also welche Politik fahren die da? Muss man da hier irgendwas abmachen oder was? Ich krieg's nicht auf, bin zu schwach Digger Oder kommt das... Achso Digger, meine Hände sind ganz nass schon Ich glaube das funktioniert so Da hat's getropft gerade Saugen Musik Ihr dumm A-Digger, da kann ich saugen wie ich will, da bin ich auch nicht so geübt drinnen. Ja, na gut. Jetzt ist mein ganzes Gesicht vollgespritzt. Ja, hallo. Bruder. Was ist das für eine Scheiße, die ihr mir da geschickt habt? Du musst das reindrücken, da von oben in dieses Getränk reindrücken. Ha. Du musst es richtig fest reindrücken dann. Au, äh, oha. Hast du schon mal aufgefallen, wenn du dir deine Hände wischst, dann reibst du deine Hände und du guckst ihnen zu, wie die sich einfach waschen. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Oh, yeah, lil' baddie. Shooting my lil' old thing. I love you, baby. And it's quite old. It's my birthday, it's my birthday. I'ma spend my money. I did in the club, booty star design, hair done, eight, sit at dich auf die Party ein. Wenn man Gitarre spielt, musst du deine Schultern schütteln. Wie ist das? Ah, du blöde Sau. Ihr Kopf das unter ihr macht. Ah. Alle haben gute Laune, Digga, gehen spazieren, sind mit Kindern unterwegs, gehen eine Kleinigkeit trinken. Boah. Digga, du hättest gerade das Kind sehen, wie es mich das angeguckt hat, Digga. Kuriosen Meldungen aus Worms. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Handelsscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte drei Stunden, um ihn zu befreien. Zuvor waren Sanitäter eines Krankenhauses mit ihren Mitteln nicht weitergekommen. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Scherer und einer Vibrationssäge sprengen. Warum? Und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur. Jetzt von Daniela. Und sie glänzt, meine weiblichen Fans sehen teilweise ausliebbar bis... In meinen Pens, geh ich einfach unten mit der Gang in meinen Pens. Gib ich Autogramme an die Fans in meinen Pens. Siehst du meine Wonny? Ich beträube meine Sinne, 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 Sinne. So habe ich hier mal abends gemacht. Oha, Digga. Das Licht ist ja hier sehr gut. Hallo, ich bin eine Twitch-Streamerin. Ui, das Wettlaken ist auch schön. Huch, hat man was gesehen? Oh, yeah. Na, würdet ihr ja oder nein sagen? Seid ehrlich. Sag an, ist mein Gott, 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 sag an, ist mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020